Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich meine Morgenroutine gestalte. Und zwar meditiere ich immer gleich in der Früh und dann mache ich mir ein leckeres Frühstück, zum Beispiel ein Porridge oder auch andere Sachen wie Brot oder sowas. Danach gehe ich dann meistens gleich in die frische Luft, in die Natur, damit ich so richtig aufwache. Bei jedem Wetter gehe ich raus, egal ob die Sonne scheint oder ob es regnet und mache dann auch meistens draußen meine weitere Morgenroutine. Und zwar schreibe ich Dankbarkeitsdagebuch. Das heißt, ich schreibe fünf bis zehn Dinge auf, für die ich dankbar bin. Das können auch ganz, in Anführungszeichen, kleine Sachen sein, wie eine Umarmung oder ein gutes Essen oder so. Und ja, das hilft mir sehr, sehr, einfach dankbarer im Leben zu sein. Und das mache ich jetzt schon seit drei Jahren. Und ich ziehe immer eine Tageskarte und schreibe dann auch eine Affirmation auf. Genau, das ist meine Morgenroutine. Und wie schaut deine Morgenroutine aus? Zeig es mir doch mal in einem Kommentar oder schreib es mir in einem Kommentar, was deine Morgenroutine ist. Genau, das war es auch schon mit dem Video. Und ich wünsche dir nun noch einen wunderschönen Tag. Genieß den Tag und gönn dir was Schönes. Deine Sophie Deine Sophie Deine Sophie Deine Sophie Deine Sophie Untertitelung des ZDF, 2020